Hey sehr und konnichiwa! Hier ist wieder euer Keanu, zurück mit Let's Play Corpse Party. Und wir verlassen jetzt diesen Charakter ins Introduction Raum und kehren ins Spiel zurück. So, wir müssen nun hier aus diesem Raum entfliehen, aber ich will mich hier gerne noch ein bisschen umsehen. Wieso wiederholt sich die Musik immer? Das ist so doof. Ja, danke. Was? Das ist Haare! Scheiße, ein Foto, ein Fling mit langen, blacken Haaren. Ist das ekelig! Oh! Heffely House Elementarian Notice, uh, to all faculty and students. Das heißt, die Musik aus! Ich will, ich will Musik haben! Wir impairedlich! Er ist wie deshalb von mir. Im Mann best kinder Hiiii. Holy moat! Aentliche ein R-Beben Ich muss mich panelieren, da bin ich eben gegen das Flaschen. Noch einer hat gesehen. Autoh. Jetzt wurde ich kurz sehr laut, weil ich ziemlich ... an mein Mikrofon gekommen bin. Tud DOJNOT Einfach aus dem Raum raus. Diese Seiko ist übrigens im Manga etwas eher ein bisschen perverser angelegt. Sie will ihre Freundin Naomi meistens an die Brüste krabbeln. Sie heißt Yellow Fluid Con Gilding inside the rusted bucket. Was ist das denn? Pisse? Ja, ja... Da hat jemand in den Eimer gepinkelt. Da vorne war noch ein Brett. Das habe ich mir vorhin gar nicht angesehen. There's a loose board lying on the ground here. Take it with you? Ja, nehmen wir mal ein Brett. Erhalten! Loses Brett. Okay, und was... E-Terms. Lose board. A plank of wood pried up from the floor. Sie meldet es, but still seems relatively sturdy. Sie haben beide 30 HP. Ich bin stolz auf sie. Super, und darüber? Komm ich zu wissen. Das Spiel ist relativ narrow hier. Es scheint zu großartig. Aber es ist ein bisschen zu weit, um zu jumpen zu. Ja, Naomi! Ich kann nicht den Eimer zu nutzen, oder? Was ist mit dem Brett eine Brücke bauen? Versuchen wir es einfach mal. Und es passt genau rein und... Quarz. Was machen das Sofa hier? Ich hasse es, wenn die Musik plötzlich aufhört. Was ist das? Eine Kerze. Yay, speichern! Safe complete. Was? Wie lange? 51... Schon knapp über 50 Minuten. Wow. Main building. First floor. Westhalle. Da kann ich nicht lang. Hier kann ich aber oben lang. Okay. Sieht gruselig aus. Was liegt denn hier? Schuhe. So kleine Schuhe. Sind ein deutlich Kinderschuhe. Was? Hausfrau. Gibt es für Hausfrau kein englisches Wort? I get to be the housefrau. Hausfrau. Spricht man das aus? Was? Das war wirklich ein sehr komisches Kompliment. Ich weiß auch nicht wie ich mich darüber fühlen sollte. Naomi ist ja auch. Was? Was? Es war ein bisschen schön vorbei. Da ist eine Tür. Entrance. The happy door is firmly shut and seem unlikely or unwillingly to open for any normal means. Was? Was? Also wir kommen nicht aus der Schule raus. Also wir kommen nicht aus der Schule raus. Also müssen wir nach einem anderen Ausgang suchen. Hier kommen wir auf jeden Fall nicht weiter. Ähm. Was ist die Geräuschkulisse? Wir haben eigentlich nur eine Wahl und zwei da zurückzugehen. Vielleicht finde ich ja doch nochmal irgendwas. Also wieder nach hier oben. Einbildungs-Second-Floor-Hall. Krass. Super. The loose board is dangly precariously over the edge. Pick it back up. Ja. Das bringt uns ja nichts mehr. Toll. Super. Ach, das hatten wir doch schon. Ähm. Vielleicht kann ich's ja hier rüberlegen. Na dann legen wir das Brett mal hier in das Board. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Ähm, da oben sind. Hm? Wir haben was gesagt, Seiko. Nya! Nya! Wie? Ich habe was zu tun, aber... Was haben wir vor eine Stimme? Egal. The stairs beyond this point are pulled with rubble. There's no way through. Was war das für eine Stimme? Second floor, West Hall. Boah, ich bekomme langsam Schiss, ey. Da kann man auch mal dran sehen, dass Grafik nicht alles macht. Die Atmosphäre muss stimmen und die stirbt... Was ist das, Naomi? Was ist das? Das ist ein Knochen. Menschenknochen? Du bist ja tough. Was sind die Leiche also von Manon sehen? Ja, das ist ein Knochen. Die Menschen... Seiko! Seiko? Das ist... Sie sind... ...eine neue Gelegenheiten? Ich... Ich kenne es durch den Manga, aber trotzdem... Es ist immer noch Semi-Blinds. Und solche Sachen überraschen dann doch. Also Geräusch, Sachen, irgendwas. Ich kenne es doch nicht. Sie sind beide neue Verwürdig, sind Sie nicht? H... 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 ... ... Sie sind... ... ... ... Er ist mit uns, wie wir uns hier verabschiedet haben. Ich weiß nicht, was hier ist! Das ist eine große Herausforderung, die in der Gefahrung der Gefahrung gegründet hat. Das ist ein sehr schweres Raum, und das ist ein sehr schweres Raum. 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 Ich weiß nicht, dass die beiden hier sind, aber auch die Leute hier sind, wie viele hier sind. Was ist das? Ich weiß nicht, dass alle hier sind? Ich habe mich nicht mehr Angst. Alle sind in dieser Schule. Ich weiß nicht, dass alle hier sind. Die Menschen, die in dieser Schule kommen, sind ein paar Mal in dieser Schule. Das war's! Naomi, wir sind alle zusammen! Mochida-kun ist sicher! Das war gut, Naomi! Aber... wir haben nicht mehr. Wir können sie nicht treffen. Sie sind in dieser Schule, aber... ...die Dimensionen existieren. Wieso zeige ich eigentlich andauernd mit meiner Hand auf irgendwas und mache irgendwelche Gestiken? Das ist doch eh keine Sau. Wenn man sie sehen will, dann muss... ...dann muss man in ihren Raum gehen oder sie in unseren drängen. Okay. Es ist so gut wie unmöglich auszubrechen. Wenn man dann ausbrechen will, muss man sterben. So... Nein, da stimmt irgendwas anders. Warum werden sie wieder zurück? Was ist das? Warum haben sie so etwas... Wurzartige Geister haben sie dahin gebracht? Die Zielgruppe sind auch die Ausbildung von ihnen. Aber... Wir müssen auch noch頑張ren. Wir haben nur die gleiche Ebene zu sein. Es ist noch ein Glück. Wenn man zwei頭 hat, dann wird die Erinnerung auch groß. Die Wahrscheinlichkeit, dass man zusammen in einem Raum landet, ist also nicht gerade groß, ist wohl eher gering. Hatten die beiden wohl Glück gehabt? Der Geist will wohl nicht, dass wir so enden wie sie. Die Tür ist aufgegangen! Ich schreie deine Säule! Naomi! Geh! Geh! Was bewirkt sich auf der Tafel? Geh! Die beiden sind fertig. Geh! Geh! Alles klar? Seiko? Das ist... Als früher der Kind? Wie? Ihr habt genau... Ihr habt genau gesehen was es war. Es war ein Mädchen mit roten Klamotten und langen schwarzen Haaren. Der Horror für jeden, der japanische Horrorfilme gesehen hat. Oh mein Gott! Was... Wie... Geh! Ich kann nicht mehr wissen, wie viele Menschen. Ich kann nicht mehr wissen. Das ist wirklich... Sodass sie nicht so viel. Ich habe jemandem gewollt. Ich habe ihn nur gesehen. Ich habe ihn wirklich gesehen. Ich habe ihn gesehen. Ich habe auch gesehen. Es ist nicht... Das ist nicht so, dass es nicht so ist, dass es nicht so ist. Du, du bist okay! Geh los, ne? Ne? Oh man, dann würde ich einfach mal sagen, das war euer Keanu mit Let's Play Corps Party, bis zum nächsten Mal, tschau.